Einen wunderschönen guten Tag, liebe Seele. Lass gerne dein Like, Kommentar und auch dein Abo da. Ich freue mich, wenn wir gemeinsam wachsen und genau deswegen lege ich auch direkt los. So, liebe Seele, dann wollen wir doch mal sehen, was der Tag für dich bereithält. Und es geht los mit, wow, die Vollkommenheit. Ich bin eins mit Gott und vollkommen. Ich bin die Liebe und das ewige Leben. Das wird auch Zeit. Die letzten Tage, die ganze Reflexion, die ganze Selbstfindung. Es scheint, als würdest du heute für dich handeln oder hast bereits jetzt für dich gehandelt und bist über deinen Schatten gesprungen, hast dir Unterstützung gesucht oder hast dich vielleicht für neue Projekte irgendwo angemeldet. Auf jeden Fall geht ein neuer Schritt in deinem Leben voran. Und das Schöne daran ist, du fühlst dich jetzt auch wieder wohl. Noch nicht ganz vollkommen, aber die Vollkommenheit wird im Laufe des Tages sich aufbauen. Man sieht nämlich, dass du von Zweifel, Mangel hineingehst in die Wärme deiner Erfolgserlebnisse. Dass du dich ganz anders betrachtest wie noch am Morgen, weil du hier deinen Umweg verlässt und die Einigkeit mit deiner Seele findest. Weil du in deine Tatkraft und in deine Ernte gehst von all dem Lasten und Leid, was du in der Vergangenheit hinter dir gelassen hast und jetzt eben diese wärmende Fülle für dich generierst. Schön auch zu sehen, du bist nicht mehr allzu streng zu dir, sondern du probierst an den Themen zu arbeiten, die dich immer wieder so ein bisschen in den Stillstand gebracht haben. Du siehst, dass du heute übermäßig viel Energie hast, wenn es darum geht, Unterstützung zu geben oder eben auch Unterstützung anzunehmen. Für dich ein wundervoller Tag, der dir einfach aufzeigt, dass du jetzt in deine Vogelperspektive gehen kannst und sich dir neue Ziele erschleichen. Diese neuen Ziele sind natürlich auch ein guter Wegweiser für deine nächsten Monate und eventuell auch Jahre, weil du dir etwas aufbaust, was aus deinem Herzen stammt und somit du nichts mehr zurückhalten musst und 100% authentisch du selbst bist. Das ist etwas, was natürlich die Vollkommenheit mehr als zur Genüge repräsentiert und dir auch endlich die Wertschätzung für dich selbst gibt, die du so lange schon dir selbst hättest geben können. Wundervoll! Ja, da kommt's. Innere und äußere Ordnung. Sowohl in meinem Inneren als auch im Außen bin ich ein Teil der universellen Ordnung. Und je mehr du dich innerlich sortierst, desto mehr verstehst du auch, was außen um dich passiert. Und da hast du heute einen ziemlich magischen Moment. Du wirst nämlich merken, dass Menschen dir immer wieder aufgezeigt haben, was sie von dir halten, ohne dass du es gesehen hast. Heute hast du das Feingefühl dafür, deine Menschen richtig zu lesen, richtig zu verstehen, ja. In das Verständnis zu gehen, was dir davor einfach nicht gegeben war. Aber der allerschönste Punkt in der äußeren Ordnung ist, dass du die Vergangenheit jetzt wirklich cutten kannst und in deiner Gegenwart ankommen wirst. Das heißt, dein Ist-Moment und Momentaufnahmen allgemein werden verstärkt. Somit spürst du intensiver dein Leben. Dadurch kann natürlich intensiver auch dein Leben emotional gewertet werden und du wirst dich wohlfühlen. Also diese innere Ordnung plus diese äußere Ordnung, die machen für dich das Leben wieder lebenswert, so gesehen. Ja, also so vom Herzen her. Du bist nicht mehr in der Mangelsituation, sondern du ziehst jetzt wirklich mit einem Lachen los. Mit einem Lächeln, das von Herzen kommt und nicht aufgesetzt ist. Und genau das macht dich als Mensch wieder auf. Du bist dieser Sonnenschein. Ja, der Engel der Hingabe. Hingebungsvoll, mit Liebe und Freude erfülle ich das Alltägliche. Auch da siehst du es total in Resonanz. Du hast wieder Lust, Dinge zu erledigen. Du hast auch wieder Lust, dich mit dir selbst zu beschäftigen, egal in welcher Form. Vor allem aber hast du auch wieder Lust, Dinge in die Veränderung zu bringen. Du hast keine Furcht mehr, neue Wege zu betreten. Vielleicht möchtest du die letzte Chance noch nutzen und zu mir in die Ausbildung kommen, um danach Teil des Teams zu werden. Vielleicht aber möchtest du auch einfach neue Menschen kennenlernen. Heute ist dir ganz egal, was es außen über dich denkt. Du lebst frei deinen Tag. Und das ist etwas, was dich sehr stark macht, weil du deine Positivität dadurch auf Händen trägst. Und wenn du deine Positivität auf Händen trägst, dann bist du natürlich in deinem Rhythmus des Lebens. Und ja, der Rhythmus des Lebens gibt dir auch den Takt vor, den du brauchst für deinen Erfolg. Denn auch das liegt heute mehr als gut in der Hingabe. Wenn du nämlich mit Liebe und Freude deine alltäglichen Aufgaben erledigst, entsteht aus diesen Aufgaben viel mehr als nur das, was du dachtest, dass es das ist. Es entsteht hier auch die Reinheit der Fülle für dein Resonanzfeld. Ja, gerade im finanziellen Bereich liegen dadurch auch positive Botschaften. Ja, die Naturverbundenheit. Ich bin ein Teil der Schöpfung und deshalb mit allem verbunden. Du bist ein Teil der Schöpfung. Du sprichst dir selbst also einen gleichen Stellenwert jetzt zu wie allen anderen auch, was bei dir auch nicht alltäglich war. Sondern du hast dich immer aufgeopfert. Somit waren andere immer wichtiger als du. Aber jetzt ist es vorbei mit dem ständigen Aufschieben. Jetzt stehst du für deine Person ein. Und für deine Person einstehen bedeutet auch die Naturverbundenheit und somit die Verbundenheit von allen Menschen auch in deinem Leben zu verstehen, demnach auch zu handeln. Gerade kommunikativ ist heute ein Tag, wo im Freundeskreis und im Familienfeld sehr viel offener gesprochen wird, wo dich auch vielleicht überrascht. Vielleicht sind die Kinder auf einmal wieder nett zu dir oder wollen Ratschläge, wo sie früher immer abgewunken haben. Vielleicht ist die Mutter jetzt die, diejenige, die wo den Kontakt zu dir sucht anstatt du zu ihr. Also es geht hier in die Veränderung, in eine sehr, sehr schöne Veränderung, weil du dich mit deiner Natur verbindest und somit dein Netzwerk der Natur auch auf dich reagiert. Ja, der Engel der Offenheit. Meine Offenheit und Liebe bewirkt, dass sich auch andere Menschen wieder öffnen können. Und das ist super. Denn du hast somit mit deiner Vollkommenheit und der Offenheit gepaart, heute ein magisches Händchen dafür und auch die reine Liebe in dir, also nicht materialistisch gedacht, was sehr, sehr stark ist, dass du mit deinem Weg, den du gegangen bist, jetzt auch anderen Menschen helfen kannst, aber vielleicht nicht helfen wirst. Nur deine Geschichte reicht vielleicht manchmal aus, um einen Hinweis für den eigenen Weg zu bekommen. Und die Offenheit gibt dir heute die Chance, dass du dich nochmal selbst reflektierst und offen zu dir selbst bist, ob du nicht doch vielleicht zum Timo in die Begleitung möchtest oder vielleicht auch in die Ausbildung oder ob alles in deinem Leben schon so geheilt ist, wie du es gerne hättest heilen wollen. Ja, ich empfange dich gern mit meinem Team im Personal Coaching, wenn du das willst. Die Freundlichkeit liegt dann auch mit dabei, aber das ist jetzt nur die Abrundung und das war klar. Meine ehrliche Freundlichkeit durchströmt meine Welt und berührt alle Herzen mit Sanftheit. Die Sanftheit ist gegeben, weil du natürlich die Wertschätzung zu dir selbst findest. Somit ist die Freundlichkeit ein Hauptbestandteil deines Alltags ab jetzt. Du wirst merken, dass du viel mehr Menschen, die positiv gesonnen sind, auch dir gegenüber in dein Leben ziehst und somit ein wundervolles Resonanzfeld der Harmonie aufbaust. Ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wieder sehen. Bis dann!